Musik Es ist natürlich eine Teambuilding-Maßnahme. Man muss sich gegenseitig vertrauen. Man muss sich gegenseitig abstimmen. Man muss sehr eng miteinander sein. Und das sind natürlich alles so Maßnahmen, die die Jungs wahrscheinlich aus dem Motorrennsport, wenn sie alleine im Auto sitzen, ja so nicht kennen. Es ist auch das erste Mal eine Situation für sie, dass sie mit Teamkollegen arbeiten müssen und nicht nur den Teamkollegen als Gegner sehen. Wir müssen als Team zusammenschweißen und das ist das Allerwichtigste. Und bei einem solchen Event, wo man sich aufeinander verlassen muss, ist das, glaube ich, genau richtig. Es war eine sehr schöne Erfahrung, eine neue Herausforderung für mich. Ich denke nur mal, dass es eigentlich eine schöne Erfahrung sein wird für sie. Es ist ziemlich nett. Es ist wirklich schwer für die Arme und die Finger. Und ich denke, es ist eine gute Idee, um zu trainieren. Da gibt es ja welche, die noch nie beim Klettern waren und die haben natürlich große Augen und für die ist alles neu. Aber genau das ist ja der Reiz hier auch in so einer Kletterhalle, weil du ganz kleine Abstufungsschwankungen hast. Das bedeutet quasi, du kannst dich ganz bewutsam auch steigern, an deine Leistungsgrenze gehen, ohne dass du in ein gewisses Risiko eingehst. Es ist schon inspirierend, mit den Jungs dann auch zu arbeiten oder die auch zu sehen, wie die an eine komplett neue Sportart rangehen. Wie die nicht nur ihren Sport sehen, sondern auch dann über den Tellerrand drüber sehen und sich inspirieren lassen. Das war ein bisschen schwierig, speziell wenn du an den Topf bist, aber es war viel Spaß.